Türverkleidungen, Armaturentafeln, Kopfstützen und Sitzsysteme gehören zur Kernkompetenz von Johnson Controls. Fast alle Hersteller beziehen Innenraumkomponenten mit Sicherheitsfeatures von der Firma aus dem Bergischen. Mediziner Dr. Alexander Hasler erklärt die Funktion proaktiver Kopfstützen. Hier präsentiert wird die grechaktive Kopfstütze REACT. Wir haben in der Produktdefinition zunächst die Erfordernisse für eine Kopfstütze untersucht, haben überlegt, wo eine Aktuierung ideal stattfindet, wie viel Fahrweg die Kopfstütze machen muss und sind dann erst in die Produktentwicklung gekommen. Bei dieser Kopfstütze, der Insasse fährt in den Sitz rein und die Kopfstütze fährt nach vorne und blockiert dann in jeder Position, sobald wir Kopfkontakt haben. Nach dem Crash fährt die Kopfstütze wieder zurück und ist wieder voll einsatzfähig. In diesem Fall hatte der Kunde den Anspruch, die crashaktive Kopfstütze über den Crashsensor auszulösen und nicht über den Insassen. Entsprechend haben wir die Kopfstütze umkonstruiert. Wir haben ein federvorgespanntes System, das über ein Signal ausgelöst wird und sobald der Crashsensor dieses Signal an die Kopfstütze gibt, fährt die 64 mm nach vorne. Die ganze Sicherheitstechnik verbirgt sich unter den Sitzverkleidungen. Oft, wie hier, auch unter nachhaltigen Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen.